In diesem Video gehe ich der Frage auf den Grund, wie es ein Jedi während den Klonkriegen schaffte sowohl für die Republik als auch für Count Dooku undercover zu arbeiten. Diese Storyline stammt aus Legends Comics, weshalb dieses Video Legends ist. Um die Geschichte dieses Jedi verstehen zu können, müssen wir uns seine Vorgeschichte anschauen. Quinlan Phos wurde als Sohn Zweieradliger des Planeten Kifu geboren und besaß von Geburt an eine gute Verbindung zur Macht. Da aber seine Landsleute ihn nicht zum Jedi ausbilden lassen wollten, da er so seinen Heimatplaneten verlassen müsste, wurde Phos von seinem Meister Tholme auf Kifu ausgebildet anstatt auf Coruscant. Dies ging so lange gut, bis Phoses Eltern von Anzati ermordet wurden und seine Tante ihn dazu zwang die Erinnerungen seiner toten Mutter zu lesen, was Phos für Wochen in Angst und Schrecken versetzte. Daraufhin beschloss Tholme mit Phos doch nach Coruscant zu reisen, da er fürchtete, dass der Junge auf Kifu nicht mehr sicher sei. Dort trainierte er dann mit anderen Jünglingen wie Siritachi, Shaila und Obi-Wan Kenobi. Auch wenn er ab diesem Zeitpunkt mit den anderen Jünglingen trainierte, unterschied ihn einiges von den anderen dadurch, dass er lange Zeit alleine unterrichtet worden war und dann die Erinnerungen seiner toten Mutter selber miterleben musste. Dies führte dazu, dass Phos während seiner Ausbildung als Padawan und auch später als Ritter und als Meister der dunklen Seite oft gefährlich nahe kamen. Er drohte z.B. unbewaffneten Gefangenen damit sie zu töten, wenn sie seine Fragen nicht beantworten würden. Er verhörte den Onkel seiner Padawanin Aayla Secura, der Aayla entführt hatte mit Machtblitzen und musste sogar von Meister Mace Windu mit Waffengewalt aufgehalten werden, einen korrupten Senator zu töten. Seine raueren Methoden machten Phos vielleicht nicht zu einem besonders guten Jedi, dafür aber zu einem ziemlich guten Undercover Agenten. Aus diesem Grund wurde Phos kurz vor den Klunkkriegen damit beauftragt ein Spionagenetzwerk aufzubauen, was die sich gerade unter der Führung Count Doogos formierenden Separatisten aushorchen sollte. Als jedoch der Krieg ausbrach, verlor der Jedi Rat ca. einen Monat nach der Schlacht von Geonosis den Kontakt zu Quinlan Phos. Deshalb wurde Phoses ehemalige Padawanin Aayla Secura ausgesandt, ihn ausfindig zu machen. Als sie ihn fand, stellte sich heraus, dass Phos in den vergangenen Monaten und Jahren ein riesiges Spionagenetzwerk aufgebaut hatte und er mit der Hilfe seiner Partnerin gerade Pläne für einen Separatistenangriff auf Kamino Stahl. Mit besagter Partnerin Kaleen Hens hatte Phos auch eine romantische Beziehung, was er jedoch vor dem Jedi Rat geheim halten konnte. Kurze Zeit später wurde Phos von den Separatisten auf einer Erkennungsmission auf Brenntal 4 gefangen genommen und die Separatisten schickten in seinem Namen falsche Nachrichten an die Jedi weiter. Phos konnte sich zwar aus der Gefangenschaft befreien, jedoch weckte es nun auf Coruscant den Anschein, dass Phos zur anderen Seite übergelaufen war. Deshalb wurde Argen Kolar ausgesandt, um Quinlan Phos gefangen zu nehmen, jedoch auch dieser Versuch scheiterte und Phos konnte fliehen. Dies spielte genau in die Hände von Jedi Meister Yoda, Mace Windu, Tholme und Ki Adi Mundi, da sie Phos immer noch vertrauten, ihn aber somit als Feind der Republik erklären und seine Festnahme befehlen konnten. Dabei wussten nur die wenigsten Jedi, dass dieser Befehl zur Festnahme von Quinlan Phos nur eine Täuschung war und er in Wirklichkeit immer noch für die Jedi arbeitete. Diese Hintergrundgeschichte gab Phos jedoch die Möglichkeit ein Treffen mit Count Dooku zu arrangieren, der schon vor den Klonkriegen damit angefangen hatte, eine Gruppe dunkler Jedi wie Asajj Ventress oder Savasj Oppress um sich zu versammeln. Phos bekam die Chance sich in einem Duell gegen Dooku zu beweisen und obwohl er dieses Duell verlor, spürte der Sith jedoch wie stark die dunkle Seite in Phos brodelte, was ihn dazu veranlasste Phos als seinen Schüler aufzunehmen. In vielen verschiedenen Missionen musste Phos durch grauenhafte Taten immer wieder beweisen, dass er sich wirklich der dunklen Seite hingegeben hatte, während er heimlich Informationen an den Rat der Jedi weiterleitete. Auf einer Mission nach Kifu wurde ihm zum Beispiel offenbart, dass seine Tante in Wirklichkeit Jansati auf seine Eltern umgesetzt hatte, was Phos so in Rage versetzte, dass er seine Tante ermordete. Zur Belohnung für seine Tat bekam Phos den Lichtschwertkristall, der einst das Lichtschwert Darth Andedus befeuerte, was ihn noch einmal näher zur dunklen Seite brachte. Dooku nutzte Phos für viele weitere Morde an Zielen, die Dooku hintergangen hatten, es aber für ihn selbst zu schwierig gewesen wäre sie eigenhändig zu töten. In einem Fall ließ Dooku es sogar so aussehen, als ob das Ziel der zweite Sith neben Dooku sei. Was die Anstrengung von Phos um ein Vielfaches erhöhte, da er darauf setzte, durch die Ermordung des anderen Sith Lords den Krieg schnell beenden zu können. Es stellte sich jedoch heraus, dass Dooku Phos nur falsche Hoffnungen gemacht hatte und der Senator, den er umbrachte, kein Sith Lord war. Kurz Zeit später schaffte es Phos, Dooku zu entkommen und nach Coruscant zu pflichten, wo er dem Jedi Rat glaubhaft versichern konnte, nicht zur dunklen Seite und zu den Separatisten übergelaufen zu sein. Allerdings arbeitete Phos nun als Doppelagent für die Separatisten auf Coruscant. Er füllte weiterhin Dookus Befehle aus, während er zugleich dem Jedi Rat versicherte, nicht mehr vor Dooku zu arbeiten und gleichzeitig versuchte er hinter Dookus Rücken den anderen Sith Lord ausfindig zu machen, um ihn zu töten. Seine Nachforschungen brachten ihn dazu zu glauben, dass der gefallene Jedi Zora Bulg der zweite Sith Lord sein muss, doch bevor er etwas entnehmen konnte, wurde Phos zu Meister Rancisis in den Jedi Tempel gerufen. Dieser berichtete ihm, dass sein ehemaliger Meister Tholme auf Salakami von den Separatisten überrannt wurde und dass er mit ihm zusammen nach Salakami reisen würde, um Tholme zu unterstützen. Auf Salakami angekommen, schlich sich Phos fort, um Bulg zu töten, der dort auf Seiten der Separatisten kämpfte. Doch bevor er es schaffte, Bulg anzugreifen, befahl Dooku, dass Phos seinen alten Meister töten sollte. Phos machte Tholme ausfindig und bot ihm an, mit ihm zusammen gegen den zweiten Sith Lord Bulg zu kämpfen. Tholme glaubte jedoch nicht, dass Bulg der zweite Sith sein sollte, woraufhin Phos seinen alten Meister in eine tiefe, mit Lava gefüllte Schlucht warf. Als Phos nach seinem Sieg zu den dunklen Jedi zurückkehrte und Dooku über Hologrammen berichten wollte, dass er Tholme besiegt hatte, offenbarte Dooku ihm, dass sie seine Partnerin Kaleen Hance in Gefangenschaft haben, die von Anfang an eine Doppelagentin war und sich für die Separatisten in Quinlan Phoses Spionagenetzwerk einschleusen sollte. Sie konnte ihn jedoch davon überzeugen, dass ihre Gefühle für Phos echt waren und er versicherte ihr, dass er sie nicht töten würde, da immer noch ein Jedi sei und befreite sie, woraufhin ihn die beiden dunklen Jedi Toll Scor und Zora Bulg angriffen. Quinlan Phos und Kaleen Hance schafften es mit der Hilfe von Meister Tholme, der doch nicht gestorben war, Scor und Bulg zu töten und aus der Basis der Separatisten zu fliehen. Nach dieser Schlacht hörte Phoses Suche nach dem zweiten Sith und seine Arbeit für Count Dooku auf und er kehrte nach Coruscant zum Jedi Rat zurück. Kurze Zeit später wurde die Order 66 ausgerufen, als Phos sich auf Kashyyyk befand. Er wurde von seinen Klontrumpen angegriffen und schwer verwundet, überlebte den Angriff jedoch knapp. Er flüchtete und setzte sich mit Kaleen Hance und ihrem gemeinsamen Sohn zur Ruhe. Es dauerte zwar noch eine lange Zeit, bis er die Dunkelheit, die die Zeit bei Dooku in ihm hervorgerufen hatte, kontrollieren konnte, er schaffte es jedoch sowohl seine dunkle Seite als auch seine Helle erfolgreich vor dem Imperium zu verbergen. Das war auch schon die Geschichte, wie es ein Jedi schaffen konnte, sowohl für die Republik als auch gleichzeitig für Count Dooku Undercover zu arbeiten. Was sagt ihr zu der Geschichte von Quinlan Vos? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da und klickt auf die Glocke, damit in Zukunft keins meiner Videos mehr verpasst. Und verpasst auf gar keinen Fall mein Video am nächsten Samstag, weil ihr in dem Video die Chance bekommen werdet, Star Wars Battlefront 2 zu gewinnen. Und wenn ihr sonst noch mehr von mir sehen wollt, schaut doch mal bei meinem anderen Kanal NerdBarsis vorbei. Da machen der Herr de Ringe Stories und ich jede Menge Videos zu Filmen, Serien und Videospielen. Ansonsten schaut mal in einzel beiden Videos rein, die ich euch gleich einblenden werde. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.